was kucki kucki machen wenn ich mein nächster belohnen kommt ein anhänger mit ihr nachname aber das gute protest sollte oben mal die laufsprecher leiser machen ich höre hier unten alles zu einem der anhänger die hier gerade sind die beschreibung die welt war im arsch und er war mittendrin leiser nicht lauter nicht du frisches der hat da oben die laufsprecher aufgedreht ich höre alles doppelt jetzt hat er aber leise gemacht gott sei dank also der extra gemacht natürlich hat er das extra gemacht nimm mir eine sache die frisches nicht extra macht um mich auf die peile zu bringen vielleicht manche dinge sagen welche dinge auch immer er will mich doch jetzt hier vollkommen verarschen wer ach ne doch nicht alles gut annehmen so hallo ich höre jeden einzelnen schritt von dir hey du bist der schläger typi ja ja das interessiert den killer leider nicht ich schlag ihn zusammen und klauen seinen lunch money ist ganz lieb und brav in welchem leben dieses vielleicht das musst du jetzt beantworten das ist ja das musst du jetzt gesagt wir haben aber sprich den gegen schritt ich mag schild also ich meine also das ist ausgedrücken digi mag schild meine damen und herren sendet ihn euer schick 15 immerhin wissen wir jetzt die nummer 048 08 048 08 wurzen tatsächlich das war mal da habe ich mal gewohnt in wurzen das ist die post ist ja 048 08 aber da wohne ich ja jetzt schon nicht mehr das hättest du vielleicht nicht sagen sollen wieso da wohne ich ja jetzt nicht mehr das ist ja wursch i will find i will i don't know where you are but i will find you and i will send you my excrements was es ist nähe leipzig aber ich weiß nicht wenn du da heute antriffst mich nicht mehr das wäre seltsam man bekommt shit gesendet aber ist eigentlich für jemand anderen das wäre doch lustig ich habe doch keine scheiße bestellt ja habe ich doch hier in der hand wieso nein ich doch nicht ich wohne doch da gar nicht mehr ich weiß ja nicht wer der wohnt jetzt in der krustigal 2 scheiße ich habe gerade groß große krabbe verstanden mickey mouse ja ich habe ein soundalert von mickey mouse wo mickey muss dann macht das klang echt fast 1 zu 1 wie der soundalert gerade wir müssen noch mal reden über die soundalert machen wir jetzt davon habe pp in der haus in der name ich weiß ich bin ich bin ich damit komplett selber aber ich habe nicht echt nämlich für zehn meter feld weg ich habe mich gerade gefragt wo das handy ist und habe es in der hand ich habe gerade ich habe gerade Oh Gott. Wir hatten das. Das sind Pink Fluffy Unicorns. Bitch Dancing on Rainbows. Wir hatten das, okay? Aber Frusches hat den Alert gespielt. Bitch Dancing? Bitch. Frusches hat den Alert gespielt. Pink Fluffy Unicorn. Frusches, nimm deine Pink Fluffy Unicorns und tu sie in den Stall. Doch, muss ich, weil Frusches und ich gerade den gleichen Gedanken hatten. Hatte. Oh, wie süß. Ich habe tatsächlich gerade gedacht, wie gern wäre es jetzt, wenn Pink Fluffy Unicorn kommt. Und was kommt genau zur Sekunde Pink Fluffy Unicorn? Hashtag Couple Goals. Jaaa! Genau, Couple Goals. Oder nee, Relationship Goals, so nennt man das im Internet. Ja, aber Couple Goals glaube ich auch, oder nicht? Ja, Couple Goals auch, doch. Kann man machen, aber. Zumindest bei Gronkh und Pandora habe ich das schon öfters im Chat gelesen. Nein, die sind nicht verwandt, die sind nur Lebenspartner. Aber die sind noch nicht verheiratet. Nein, weder verlobt noch verheiratet. Die sind doch nicht wirklich zusammen. Natürlich sind die zusammen. Die sind schon seit 8, 9, ich mag die beide. Nein, nein, warum, warum ergibt sich jetzt Digi? Weil Digi ist immer, ja, keine Ahnung, warum? Das kommt mal vor. Achso, also bei dir ist er. Weißt du, Frau, können wir bitte bis 3 Uhr Dead Balletta spielen und dann gehe ich ins Bett, weil dann kann ich mir das andere sparen. Nein. Ne, so lange kann ich nicht machen. Also ich muss auf jeden Fall später noch eine Killerrunde machen, beziehungsweise muss sie, insofern bezaubernd noch da ist. kann sich der Bezauber nachher noch einen Killer wünschen. Eine Killerrunde. Das wäre sehr bezaubernd. Ansonsten, ansonsten, also bin ich, also bin ich, nein, nein, ich bin dann aus der HDR-Ursache raus, ja? Das ist wichtig. Nein, bist du nicht. Nein. Aber stimmt, ich muss ja mal wieder auf Rosmarin reiten. Rosmarin? Er hat seinen komischen Ackergaul so genannt. Warum nennst du deinen Gaul nach einer, nach einem Kochkraut? Ich bin hinter dir. Hallo. Hallo. Ja, ich weiß, dass da hinten hinter dieser Tür da einer ist. Ja, das weiß ich auch mal. Folge mich. Folge dich. Die meinige folgt, äh, die meinige folgt der deinigen. Oh, ich hab jetzt schon, ich hab zu früh gemacht. Den, check. So, jetzt muss ich, habe ich hier einen Monat Zeit auf Stufe 12 zu kommen. Ich hatte die jetzt so sehr zu der Level. Ja. Ja, ich war, ich war so schön auf Stufe 12. Jetzt bin ich wieder auf 15. Also, mir ist das nicht so wichtig, aber ich kann es verstehen, warum du es hast. Ja, mir ist es so, deswegen... Oh, schnitt zu letzter. Ah. Ah. Okay, ja klar. Ah. Kommt gerade so. Ich mach dich als erstes, Mann. Verpiss dich, du. Kleiner, schöner Killer. Ich mach gleich wieder aus, ich hab keinen Bock mehr. Wie war, dass du willst die ganze Nacht spielen? Bye, bye. Bye, bye, du Dödel. Daddl. Nee, Dödel, nicht Daddl. Nee, Daddl, Sound Alert, Jump Scare. Scheiße. Das heißt, er hat mich ja auch noch hingegrafen, verdammt ein kleiner Penner. Wieso heißt, würde man eigentlich immer Jump'n beim Scare? Jump'n beim Scare. Oh, schnittsel. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Leave me alone. Das wäre nett, wenn wir vielleicht mal eine aufheffen würden, wo man so nebenbei... Ja, sobald der Generator hier fertig ist. Boah, ich schätze mal... Wir haben's gleich. Ah, Schnitzel! Okay, ich glaub, sie kommt schon zu dir. Oh, der hat mich. Ah, was soll's. Ja, ich hab's. Zweite. Äh... Interessant. Er lässt dich auch liegen, ne? Ja, er lässt mich auch liegen. Aber das Gute ist, ich hab's schon empört, womit ich mich einmal aufheffen kann. Hallöchen! Wie geht's Ihnen heute? Haben Sie schon jemanden umgebracht? Wenn ja, dann freut mich das sehr. Bitte nicht mich. Dann bitte ankreuzen. Ja, bitte ankreuzen. Haben Sie jemanden umgebracht? Nein? Hör auf, mir zu folgen! Ah, ich hab das draus geholt. Aber danke, dass du mir wenigstens Punkte gibst, das ist schön. Punkte sind so schön. Vielleicht weiß er nicht, dass man die Leute an den Haken hängen muss. Na, vielleicht mag es, dass sie... ...leiden? Ja. Vielleicht weiß er einfach auch nur nicht, dass wir dadurch Punkte kriegen, wenn wir uns hier heilen. Ich weiß, ich bin auf Punktejagd schon wieder. Ich interessiert ja nichts anderes. Run, boy, run! Mich interessiert das jetzt gerade nur, weil ich das allererste Mal endlich Stufe 12 erreicht hatte. Ansonsten wäre mir das auch egal, aber das ist so ein cooles Gefühl. Auch mal gut, na gut nicht, aber auch mal etwas besser zu sein. Sio, ich eile! Du kannst doch, du kannst meinetwegen wegbleiben, ich bin hier gerade, ich werd gerade geheilt. Du kannst wegbleiben. Und er ist da. Ja, und er ist da, genau. Das kommt noch dazu. Jetzt ist er weg. Jetzt geht er gerade weg. Ich bin ja dann hier. Schade, ich erhol mich gerade, da musst du nicht so viel machen. Da musst du nicht so lange die linke Maustaste drücken. Ich drück doch gern die linke Maustaste. Und jetzt nichts mehr weg, ja. Ich geh nach unten. Hier oben ist viel los. Ich geh nach unten. Ich bin alt, kann nicht diesen Stress ertragen. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Er ist unten. Oh ja, ich weiß auch wo. Das ist neu. Okay. Ich weiß nicht, ob das so sicher ist, wie ich hier gerade stehe. Okay, der funktioniert schon. Jetzt weiß ich, wir wurden noch keinmal aufgehangen. Ne, stimmt. Also keiner von uns. Und wir haben schon zwei repariert gemacht. Repariert gemacht, Digga. Repariert gemacht, Digga. Schwör. Schwör? Schwör, Alter. Okay, wer wohl jetzt? Schacke. Die ist hier direkt bei mir. Bitte, bitte. Oh! Oh! Hey! Ist er weg? Ne, er ist bei ihr. Ich weiß nicht, ob er sie jetzt mitnimmt. Ja. Ja. Er hat sie. Tatsächlich. Ne, er lässt sie wieder los. Einer liegt da sogar noch. Also, ich bin direkt hinter ihr quasi. Ne, mir. Ich bin, ich bin, er hätte mich eigentlich, er hätte mich eigentlich erwischen müssen. Was wolltest du dann? Wer? Ja, wer jetzt? Eidaria. Achso. Achso. Du warst schon fertig. Er kämpft bei ihr. Achso, sie liegt da und er kämpft. Sie liegt da, er steht direkt hinter ihr. Entweder, keine Ahnung, macht er einfach irgendwas oder er weiß, dass ich in der Nähe bin und kämpft deswegen. Und meiner ist auch gleich fertig. Oh, Generator fertig. Lasst euch Zeit, der ist hier noch. Der wartet, bis ich rauskomme, habe ich so das Gefühl. Ich bin nämlich genau ein Spinn. Geschafft. Sehr schön. Nur noch einer. Ja. Sie ist gerade bei mir. Sie kriegt weg. Er läuft direkt hinter ihr. Und er kämpft bei ihr. Und er wartet, glaube ich, bis ich aus dem Spinn rauskomme. Er weiß auch, in welchem ich drin bin. Ja. Jetzt hat er mich. Das ist aber schlecht. Ja, macht den eigentlich das Self fertig. Genau. Macht den einen Generator fertig. Ja. Jetzt wurde schon wieder einer geholt. Ja, das bin ich. Macht fertig. Macht fertig da. Mach ich gerade. Oder? Ich versuch's gerade. Er kann uns nicht beiden folgen. Kann uns nicht beiden folgen. Diggi, bist du da hinten bei den anderen? Nee, ich bin gerade tatsächlich auf der Suche nach einem Generateur. Generateur. Hallo. Ach, hallo. Warum heißt das? Was? Mit der ist unter mir her natürlich. Bin ich überrascht schon. Schnitzel. Nee. Ich weiß ich. Wenn du das mal kriegst. Neeee. cancer對不對 Nein. rennen du nahe ich bin ein freund ich bin ich dann ich bin ein freund und er hat mich runtergemockt okay wir sind alle tot ein mieses arsch oder ist das andere da mit drauf so ein mieses arsch ich wünschte ich hätte diesen einen blöden oder lässt er dich gerade los das könnte auch sein danke ja das war es auf ich weiß nicht danke was habe ich da frage ganz weg rein wenn ich mich jetzt losläuft er mir direkt wieder hinterher kannst du dir zeit lassen kurz bevor du ins bett gehst run run ok jetzt kämpft er bei mir natürlich hallo oder willst du mich jetzt auch hochheben also wer liegt denn hier noch alles ich liege und ich bin frei warte kurz was passiert noch mal wenn was passiert noch mal wenn man stirbt man stirbt dann ja ja man stirbt dann einfach hätte mir doch diesen einen perk mitnehmen sollen schon einmal in der ganze erholen kann alleine ja ist lecker ich habe eben damit schnell abgebissen und ich hasse ihn tot bei doch gestorben so ein kleiner so ein kleiner ja komm ich muss sitzen doch mit mir zugucken beim leiden für das piepkind nur sagt dann bin ich jetzt wenigstens auch um das ist irgendwie interessant bei diesen kippen das wir öfter mal killer finden die einfach im kinder ja ja hallo leider ja hallo mach doch einfach penner ok ich nehme mal die ich nehme mal um und augen ey du willst augen fressen ich mache lieber wust raus ja äh tschuldigung guten appetit ja danke ja bitte was gibt es nochmal baguette baguette alles oh franzai no 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 holo holo si vous plait hey tern baguette baguette ach da willst du mich verarschen mach einfach sonst gehe ich gleich hm hilf doch einfach so ich frag mich ob das ob es da für einen Namen gibt ja aber musst du mich wieder neu einladen bei du die runde liebst nicht ne 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 nicht sein ernst hm er hat mich durch die luke entkommen lassen nicht sein ernst hey freu dich nä irgendwie nicht ich bin ich bin eher beleidigt weißt du ist immer nur am jemmern dass er nie durch diese luke kommt ne und jetzt jammert er trotzdem ich hab noch nie gejammert dass ich da nicht durchgekommen bin ich möchte sie aber wenn selbst nicht dass der mich dahinträgt freudig doch einfach mann 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 das durch luke geschafft du willst du den singen nein wie geht es weiter und es sind nur zwei kleine worte ich bin zufrieden damit dafür verdiene ich prügel und jetzt alle zusammen wir sind allein 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 wir sind allein 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 ich vergleiche Video-Spiel-Produktionen immer mit Filmen beides sind mehr also Projekte wo man viele Leute braucht die ganz verschiedene Sachen können man braucht ja ich hab dir nur zugestimmt also man braucht beim Film braucht man Schauspieler Kameramänner, Bühnenbildner, Kostümbildner Akzenttrainer teilweise ja es gibt sowas wirklich ok im Film braucht man Coder, man braucht Artists, man braucht Level-Designer, man braucht Musiker und dann ist das Pumpe drauf in der Munde Hallo Augsburger, schön dass du einschaffst ja das Glück bei dir wunderschön Entschuldigung, dass ich dich reingesprungen habe, aber ich wollte lieber schnell begrüßen und so Hallo Augsburger Puppenkiste nein, er ist nur Augsburger ja mein Onkel lebt da einer von zweien einer von zweien will immer etwas mehr bei mir auch bei mir auch gemütlicher Abend nette Leute hier Bierchen am Start läuft ein ein genervter Digi so ja ein genervter Kaya Diggi Diggi Kaya Kaya Diggi Diggi Kaya Kaya loben bin ich genervt ok also jetzt nochmal von vorne Pink fluffy Unicorns sing on rainbows Is going to go komm schon Kaya Pink fluffy Unicorns dancing on rainbows es geht los es geht los Pink fluffy Unicorns dancing on rainbows Kick at rainbows rainbows name bows rein bowser monster 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 triple kill multi kill samtpfoten kill samtpfoten kill weil wir ja niemanden killen also ist auf der dunklen seite der macht wer wer und wer bei uns sind diese in die samtpfoten rein scheint der ist auf der dunklen seite der macht die dunkle seite der katzen okay warte ich muss das vielleicht ich muss das vielleicht muss vielleicht meine meine mitgliedschaft geht gar nicht dein abonnement ist ein monat bindend ich habe mich mit dem teufel eingelassen okay genug über meinen eigenen glauben gealbert nicht gut macht das nicht zu hause nach kinder wir sind professionelle leute am werk wir sind professionelle leute am werk nicht zu hause nach machen das geht nur 1 bier trinken oder essen weil es trinken oder essen und wenn ich es schmeckt das bier nehmen das ist natürlich eine zückenmühle ja du kannst ja beide machen so zur heft ja dass ich in deiner haupt stecken muss gott das das ist das problem bei der biersorte du kannst nebenbei nicht essen weil das dann so bitter und ekehafter nachschmeckt das ist so was denn ist herrenhäuser oder dort kennt ihr alle die biersorte genau die die eine und okay herrenhäuser ist die biersorte ist die einzige die sie in ihrem kühlschrank suchen intravinös das bier gibt gleiches blut das wird zusammen reparieren nein ja aber so nicht mehr ich weiß ich war kein ding ich verkack das auch so oft tatsächlich kann ich die generator am besten machen wenn ich nicht alleine dran bin weil es irgendjemand dran ist werde ich nervös hallo hei darya ist dahinten wird gerade jetzt aufgerufen wir haben ihn ja angelockt wer ist denn das das ist so ein komischer captain singt putzi mit maske der hinter ist nein nicht der hinterwälder oder nee doch nee leatherface ist es ja das leatherface texas chainsaw must watch der macht so nen ähm der kippe um sich um sich herum anstatt die ähm die musik hat gepasst die jahre die musik hat gepasst die jahre die musik hat gepasst die musik hat gepasst definitiv jetzt kommen wir mal sie retten würd ich sagen ja das wär sehr nett da wirst du gerade um gerettet ähm nope mein kompagnon sitzt dahinten und äh juckt sich am pappers ok äh ähm diggy hinter dir ist äh der chainsaw man ja 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 der chainsaw man problem ist grad nur ahhh hast du da dich dass mein rechner grad nicht grad wieder einen wolf lädt und ich da ruhig ein bisschen geruckelt hab yay schadesfehler madame könnten sie mir da hinten mal bitte helfen du bist schon in meiner nähe ach schnittchen alter wie kann man so penetrant einfach nur weiter den scheiß generator machen ok ich komm dir helfen alter mädel du stehst ein paar meter vor mir oder ich komm das problem ist der schlawin hat jetzt hier noch so ein bisschen rum ich komme dich retten ich hasse menschen menschen wie oft soll ich so sagen ich hatte menschen 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 sind der letzte scheiß nicht nein aber bam ich hasse es vor allem weißt du steht auch erst noch am anfang da so blöd rum und macht nichts weißt du weißt du dann oh ja da ist ein generator ja die könnte man ja mal machen und oh hallo hallo dafür hängt sie doch jetzt man ja nicht ich rette sie nicht natürlich hängt sie ja der kommt hierher der kommt hierher run 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 rollin 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 bye bye ich rette die blöde Kuh nicht get downed ich rette sie nicht manchmal ja willst du mich nicht aufheben anstatt über aber geil was soll man machen die nicht die hat mich hängen lassen ich lasse dich auch hängen jucke ja du rennest du natürlich ja mein gott umso mehr wir sind umso besser ist unsere überlebungschance nicht nicht wenn die unsere überlebungschance nicht wenn die person dabei ist chancen chancen sieh ich komme warum habe ich das gefühl das verändert aber nein ich bin doch im ersten also ich habe noch Zeit achso dann gehe ich wieder zurück nein natürlich nicht das wäre nicht so toll aber hey das wäre wirklich assne ja warum hockst du eigentlich bei mir rum ja genau jetzt laufe ich einfach mal weg ich laufe jetzt einfach mal weg sieh zu wie du klarkommst mädel einfach mal weg einfach mal weglaufen einfach weglaufen mir nur egal was mir da passiert die hat mich auch eigentlich ist running 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 yeah wirklich die hat die reddito nicht ja sie ist tot gott sei dank hi komm her rein also ja du kannst dich heilen das wäre nett ja dich heil ich dich mag ich oh das ist aber nett frontieren wir sind jetzt nur noch das team stimmt scheiße verpiss dich das team und der killer das team und der killer das team und der killer das ist die neue gamer tourette das ist die neue ja stimmt das könnte das hau grad kippen gamer was gamer tourette gamer tourette ja weil ich mich gerade so aufgeregt habe und die ganze Zeit geflucht habe geflucht hast du wir fahren ein bisschen im rage modus oh scheiße schuldigung hi fine addict ist jetzt auch tot ja hi fine addict oder hi wir stammen sowieso alle ich weiß dass du mich gesehen hast ich weiß dass du mich gesehen hast ah alter du kleines scheiße lauf du einfach nach oben lauf weg rette dich selbst zio du ich jetzt auch rette dich selbst ja ich sterbe jetzt auch voll ok bye 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 ok das hat mich nicht gesehen das hat mich nicht gesehen das hat mich nicht gesehen zio zu ja jetzt frag ich so ich hab jetzt die wahl jetzt reparier ich jetzt was ich bin mal der letzte das hätte ich jetzt nicht gedacht zio du hast jetzt die ganze Aufmerksamkeit die sind jetzt bei dir ich will nur ein bisschen Druck erhöhen so zuschauen da hinten ist er da hinten ist er kann ich in der zeit in ruhe essen ey was gibt es denn nochmal schönes? verget ich hatte das glaube ich ach ja immer noch stimmt ja hab ich irgendwie vergessen in den letzten 10 minuten mal kurz die Musik ein bisschen hoch machen damit ich das Sing-Sang der Luke höre Sing-Sang ne das ist die andere ne die Luke singt auch ja die Luke singt? die Luke singt woß sie sind und dass es ist echt krank wirst du bloß keine Usi ist was singt sie denn sweet home Alabama ja genau ich glaube nicht nein und sie singt auch nicht Pink Fluffy Unicorn Pink Fluffy Unicorn Danceing on Rainbows ich ich glaube nicht dass sie das singt ich meine es kann doch sein ich weiß es nicht aber wo ist diese luke luke wo bist du luke ich bin nicht dein vater luke eywalker wo bist du ja was wahrscheinlich im haus selber drin ist ja nicht immer wüsste was ich von mir gebe wieso erwartet das hatte vielleicht ist sie ja im keller heute entnisse habe ich gesehen hat er mich gesehen ja genau vor dir und ich bin tot ja als ob man sich jetzt ein ganz weit weg einen haken aussucht der ganz weit weg ist so ich bin tot das trifft sich ganz gut denn ich weiß nicht was ich heute getrunken habe aber irgendwie immer wenn wir beim stream sind muss ich ganz alle paar minuten auf die gelette sorry was muss das muss das ist auch gleich wieder da problem hat ihn den letzten und